die shotgun hebe ich mir für die dicken wieder auf die snipen ich sehe den nicht mal ja aber den weg machen und das war jetzt bei denen tatsächlich nicht mal wirklich gut echt eigentlich gedacht ist besser du nervst jetzt sind damit so wenig leben auch noch weg war klar war klar komplett falsches timing gehabt ich dachte auch direkt zu machen wir das mit rein ah ja damage erhöht wenn das jetzt immer noch nicht richtig klappt dann nehme ich vielleicht gleich mal die sniper rifle die sind da ganz hinten von den kleinen kommen eh ewig welche nach aber trotzdem sind die nervig Hauptziel sind halt immer noch die dicken die d das juckt ah direkt runter auch besser so ich könnte ihn hier drüber kiten vielleicht dran vorbei er drunter äh da kann er drüber Feuer drauf und ist tot das war für direkt am besten wieder aufladen eigentlich genau für den oder für die alter jetzt sind so noch drei stück da muss ich eigentlich weg machen den muss ich weg machen der ist böse das ist keine muni mehr doof 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 kann ich hier bitte rausgehen was ist hier gerade eigentlich los eh die scheiße die einer weniger der sei der letzte ach doch d doch d d d Bis zum nächsten Mal.